Liebe Besucherinnen und Besucher, ich freue mich sehr, am Patienttag des MCC für Sie da zu sein. Mein Name ist Sebastian Wohlfahrt, ich bin stellvertretender Leiter des Hauttumorzentrums Mannheim und wir beschäftigen uns mit der Diagnostiktherapie von Hautkrebserkrankungen. Diese beinhalten zum Beispiel den schwarzen Hautkrebs, das sogenannte Maligne Melanom, hellen Hautkrebs, Plattenepitheckkarzinom oder Basalzekarzinom sind hier die Stichpunkte. Wir behandeln aber auch seltenere Tumorerkrankungen wie zum Beispiel Lymphome oder zum Beispiel das Merkelzellkarzinom. Und ich freue mich sehr, am Patiententag für Sie da zu sein und Rede und Antwort zu stehen.